Urdhva Pada Gomukhasana ist die Kuhmaulstellung mit gehobenen Knien. Gib die Oberschenkel übereinander, gib die Füße auf die Zehenspitze und halte die Knie oben. Du kannst dabei die Hände vor dem Brustkorb zusammengeben und tief ein- und ausatmen. Urdhva Pada Gomukhasana sieht einfacher aus als sie ist. Sie fordert eine hohe Flexibilität in den Hüftgelenken.